Hey, du bist heute schön, schätze dich für da, wo du bist, für jeden Kanton wichtig ist. Welcome to SVP. Du erwartest jetzt aber nicht von mir, dass ich nur für ein Wahlkampfvideo im Bikinigang gebaden gehe, oder Christian? Nein, Susanne, ich wollte dir nur ein Beispiel zeigen. Es ist dringend nötig, dass wir von der SP auch so etwas machen, um zu zeigen, dass auch wir fröhlich und modern sein können mit Selbstironie. Ich muss das nicht zeigen. Ich bin immer fröhlich und ich mache auch meine Ironie immer selber. Aber natürlich, Susanne. Trotzdem ist... Und modern bin ich auch. Schon, aber nicht in der Hitparade. Und die SVP ist mit ihrem Video dort sehr gut platziert. Das ist doch reiner Kommerz und ganz blober Macho-Humor. Eben. Und damit wir einen etwas anspruchsvolleren Sohn machen können, habe ich den besten sozialdemokratischen Entertainer eingeladen, Altgenosse Moritz. Er ist ja längstens nicht mehr in der SP. Er ist in der Implenia. Ah, seine alte Geschichte. Er hat das damals nur gemacht, um uns zu ärgern, weil wir ihn früh pensioniert haben. Er ging satirisch zur Implenia. Verstehst du? Ja, meine Ironie versteht halt nicht jeder. Also Moritz, was schlägst du vor? Wir produzieren auch ein Wahlkampfvideo. Aber im Gegensatz zu der SVP, ein künstlerisch anspruchsvolles. Ich stelle mir vor, dass die ganze SP-Fraktion ironisch in einem roten Badmantel, als Parodie von Blocher, ein Lied singt, wo dann... Ich singe nie beim Baden. Und ich stehe da auch nicht, wird Nathalie Rieckli in der Männerreihe nie und Donika. Keine Angst zusammen. Niemand verwechselt dich mit Nathalie Niki, Rieckli. Damit wir gendermässig niemand bevorzugen. Und um die solitarische Gleichberechtigung humorvoll zu betonen, tut die ganze Fraktion hinter von Hand gestalteten künstlerischen Masken ein Lied zu singen, um unsere sozialdemokratische, kulturelle Identität auf den Punkt zu bringen und uns auch im Kern zu bestätigen. Es ist das nicht einfach, ein Sinieren, sondern es ist ein Identität. Brüder zur Sonne, zur Freiheit, Brüder zum lichten Poch, hell aus dem dunklen... Moment einmal, Moment einmal. Ich kann doch als Frau nicht singen Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Und dann hat immer einer falsch gesungen. Christian, das ist doch gegen die Fraktionsdisziplin. Ich glaube, es war die Schümperli. Oder Jositsch. Sie verstecken sich natürlich alle wieder hinter ihrer Maske. Also Eingang. Das ist mir als zironisch. Schade. Einmal mehr, wenn mich die Fraktion nicht unterstützt. Dabei wäre die Produktion hier höchstwahrscheinlich als Berliner Theatertreffen eingeladen worden. Untertitelung des ZDF für uns. Untertitelung des ZDF für uns. Untertitelung des ZDF für uns. Vielen Dank.